Fitness mit Marc, Folge 278. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er hat Gesangsunterricht genommen, um sein Podcast-Game zu verbessern. Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleibend Fitness-Coach von Marathonfitness.de. In der heutigen Folge geht es ums Erdermark-Formel, das richtige Krafttraining und ich habe Verstärkung an Bord. Und was für eine Verstärkung. Es ist eine der stärksten Frauen Deutschlands, wenn nicht sogar die stärkste Frau Deutschlands. Denn sie ist Kraftsportlerin, ganz klar, im Kraft-Dreikampf unterwegs. Amtierende deutsche Meisterin im Powerlifting. Und zwar, jetzt halte ich fest, dreimal in Folge 2017, 2018, 2019. Und wer weiß, vielleicht schafft sie es 2020 auch nochmal. Und ihre Kraftwerte für alle von uns, die auch in den Grundübungen Firmen sind, die können sich wahrlich sehen lassen. Sie schafft beim Kreuzheben 210 Kilo, beugt bei der Kniebeuge 155 Kilo, Bankdrücken 90 Kilo, ist 25 Jahre alt, und studiert Sport auf Lehramt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und heute ist sie hier bei Fitness mit Marc. Lea Schreiner ist heute zu Gast. In der heutigen Folge erfährst du ziemlich viele Details über Krafttraining, wenn du stärker werden willst. Und zwar von einem Profi. Wir reden dabei nicht nur über Trainingsgestaltung, Trainingsperiodisierung, sondern auch über Regeneration, ganz viel über Ernährung, über Motivation und dranbleiben. Und dranbleiben, das empfehle ich dir jetzt auch, denn das wird eine spannende Folge mit Lea Schreiner. Bis gleich. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de FMM wie Fitness mit Marc und dann Buch.de Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Ja, heute zu Gast Lea Schreiner. Moin Lea. Hi. Lea, was gab es bei dir heute zum Frühstück? Sushi mittags. Echt? Ah, du hast gar nicht gefrühstückt. Ne, also quasi Mittag zum Frühstück. Cool. Ist das normal so, dass du erst mittags isst? Ne, ich war nur gestern recht spät auswärts essen noch, weil ich ein Seminar gegeben habe und dann habe ich heute versucht mal ein bisschen zu fasten und weil es dann eh 13 Uhr war, dachte ich, komm, kann ich auch Sushi essen. Ach, cool. Ja, trainiert hast du ja heute auch schon. Ja. Warst du dann auf dem Plan? Ich habe Knieboingen gemacht und Bankdrücken gemacht. Du hast auch mit, ja, jetzt 25 gerade geworden. Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Du hast dreimal in Folge schon die deutsche Meisterschaft im Kraft-Dreikampf gewonnen. Wie bist du eigentlich zum Kraftsport gekommen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich war nach dem Abi, war ich erst mal in Amerika ein Jahr als Au-pair und hatte ein bisschen Angst, dass ich zunehme. Deswegen bin ich meistens aufs Laufband gegangen. Ich bin Inliner gefahren und war viel schwimmen, in der Hoffnung, viele Kalorien zu verbrennen. Ich war dann auch in einem Fitnessstudio angemeldet und habe mich dann zum ersten Mal in den Kraftraum getraut und was mit der Freihantel gemacht, mit Kurzhanteln. Das wurde mir dann irgendwann zu langweilig und dann habe ich mit Crossfit begonnen. Ich fand das Langhanteltraining total cool und bin dann über Umwege quasi zum Kraft-Dreikampf gekommen. Cool. Also ganz normal Fitnessstudio, dann Crossfit. Du sagtest auch, beziehungsweise ich hatte es glaube ich auf deiner Facebook-Seite gelesen, dass du zuerst ganz normal olympisch, also normal in Anführungszeichen, du bist über das olympische Gewichtheben zum Kraft-Dreikampf gekommen. Genau. Das olympische Gewichtheben, war das auch in den USA oder? Wie kam dann so der Step vom Crossfit dahin? Also beim Crossfit fand ich schon immer Reißen und Stoßen, also das sind die zwei Disziplinen im Gewichtheben, die haben mir schon immer am meisten Spaß gemacht. Auch diese Dynamik und es sah auch immer sehr athletisch aus und ich habe mir dann auch in Deutschland direkt einen Verein gesucht, auch den ältesten Verein Deutschlands, Oldschool-Gewichtheben und habe dann da auch im Verein Gewichtheben trainiert. Cool, in Köln dann oder? Genau. Du kommst aus Köln. Genau. Du bist jetzt 25, wie alt warst du, als du angefangen hast? Das war ungefähr vor fünf Jahren, also 20 ungefähr war ich. Vielleicht nochmal für alle, die eher aus einer anderen sportlichen Ecke kommen, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen jetzt Crossfit und olympischem Gewichtheben und Kraft-Dreikampf und Powerlifting? Kannst du die Begriffe einmal für uns definieren? Ja, und zwar beim Crossfit hat man immer sich verändernde Workouts, man nennt es auch so What's oder Workout of the Days und da hat man auch Teile des Gewichthebens mit drin. Man hat schon mal Reißen, Stoßen, also Snatch und Clean and Jerk dabei auf Englisch und sowas wie Boxjumps und muss viel auf Zeit machen oder Runden, zum Beispiel fünf Runden so schnell wie möglich. Und beim Gewichtheben gibt es zwei Disziplinen und zwar das Reißen und das Stoßen. Das wird auch so ausgeführt im Wettkampf, dass du erst drei Versuche im Reißen hast und dann drei Versuche im Stoßen. Und am Ende zählt das Gesamtgewicht, also der beste Versuch vom Reißen und der beste Versuch vom Stoßen. Und es ist eine olympische Sportart, wie der Name schon sagt, das gibt es auch bei den olympischen Spielen. Und beim Kraft-Dreikampf, auf Englisch Powerlifting, gibt es drei Disziplinen und zwar die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben. Und auch da hat man pro Disziplin drei Versuche, um eben eine schwere Last zu bewegen. Und am Ende wird auch da ein Total gerechnet. Also von jeder Disziplin, der beste Versuch wird addiert. Was fasziniert dich generell am Kraftsport? Also ich finde es einfach cool, stark zu sein oder immer stärker zu werden und dass es halt wirklich immer Luft nach oben gibt. Es gibt nicht so eine Grenze, so okay, jetzt habe ich alles erreicht. Man kann immer stärker werden. Und ich finde es auch cool, wie man im Alltag merkt, dass man einfach, dass man stark ist. Zum Beispiel auch, wenn man seinen Koffer in die Bahn kriegt ohne Hilfe. Das können halt auch viele Frauen nicht. Und ich finde auch den Prozess cool, also dieses stärker werden, dass man immer versucht, besser zu werden. Ja, man sieht irgendwie, die Erfolge sind auch messbar. Genau, das finde ich ja sehr cool. Das heißt, du hast aber vorher auch schon regelmäßig Sport gemacht dann? Ja, ich habe Fußball gespielt, Handball, Leichtathletik. Also ich war schon immer sehr aktiv. Und du sagtest, du warst halt in den USA, wolltest dann nicht dein Gewicht halten oder abnehmen oder nicht zunehmen. Das passiert ja in den USA. Da gibt es ja so viele leckere Sachen und vieles wird mit dem Auto gemacht. Hat das geklappt? Ja, tatsächlich. Also ich habe erst in San Diego, in Kalifornien gelebt. Da ist immer gutes Wetter. Man fährt überall, also ich bin überall mit dem Fahrrad hingefahren. Das fanden die Amis immer sehr amüsant, weil da fast jeder mit dem Auto fährt. Und ja, ich habe mich einfach sehr viel bewegt, war viel zu Fuß unterwegs oder auch so. Und dann bin ich umgezogen nach Connecticut, also nach Greenwich. Und es war Winter. Ich musste überall mit dem Auto hinfahren und habe dann da auch tatsächlich dann etwas zugenommen, einfach weil ich mich viel weniger bewegt habe und weniger draußen Sport gemacht habe. Klar, ich hatte da den Kraftsport für mich entdeckt, aber ich hatte einfach zu wenig Bewegung im Alltag und zu gern gegessen, glaube ich. Wie lange machst du jetzt schon den Kraft-Dreikampf? Also wann hast du damit angefangen? Kraft-Dreikampf mache ich jetzt seit gut drei Jahren. Du hast ja das erste Mal 2017 auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Da hast du im Prinzip aus dem Stand gleich Deutsche Meisterin. Ja, also ich war auch Junioren, da ist das meistens etwas leichter, weil die Konkurrenz noch nicht so stark ist, sage ich mal, wie bei den Aktiven. Aber jetzt habe ich auch die aktive Meisterschaft gewonnen und das war auch nicht ohne. Also ich hatte sehr, sehr starke Konkurrenz, das war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was gehört denn dazu? Also wenn dich jetzt jemand fragt, wie wird man denn jetzt Deutsche Meisterin? Also vor allen Dingen, gut, jetzt sagst du Junioren, ist das Feld ein bisschen anders, aber war das von vornherein dein Ziel? Also gibt es da irgendwie Erfolgsfaktoren, wo du sagst, die haben jetzt auf jeden Fall eine Rolle gespielt für dich? Also ich habe schon immer relativ viel Kraft gehabt, auch beim Fußball habe ich das schon gemerkt, dass ich schnell mal eine gelbe Karte bekommen habe, auch in der Jugend, obwohl ich gefühlt nicht wirklich viel Körpereinsatz gemacht habe. Und ja, beim Gewichtheben habe ich dann auch mal das Kreuzheben ausprobiert und habe dann direkt, glaube ich, 145 Kilo gehoben. Und da waren auch erst mal alle ziemlich beeindruckt und meinten, mach doch Kraft-Dreikampf. Und ja, im Kreuzheben ging das auch relativ schnell. Also ich behaupte mal, da habe ich auch ein gewisses Talent für. Und ich glaube, man muss Spaß an der Sache haben, man muss schon diszipliniert sein, das priorisieren, dass man das auch wirklich als festen Bestandteil hat in seinem Leben. Und ja, und auch am Ball bleiben, wenn es schwer wird. Also auch, wenn man mal keine Lust hat oder wenn man vielleicht verletzt ist und das Training gerade echt nicht so viel Spaß macht, man Reha hat oder das Wetter schlecht ist oder gut ist und man lieber irgendwie am Strand wäre. Und wie bleibst du dann dran, wenn du sagtest, gerade wenn man verletzt ist, macht Training da Sinn? Wie trainierst du dann? Also es kommt ja auch immer auf die Verletzung an, aber wenn man jetzt beispielsweise am Knie verletzt ist, kann man ja immer noch seinen Oberkörper trainieren. Man kann eine Stabilitätsübung machen, man kann an seiner Ausdauer arbeiten. Also es gibt wirklich viele Wege, um weiterhin fit zu bleiben oder stark zu bleiben. Und ich glaube, viele fallen dann in ein Loch oder denken dann, okay, jetzt kann ich eh nichts machen, jetzt trainiere ich gar nicht. Und ich glaube, das ist halt, das unterscheidet oft Leistungssportler von Hobbysportlern, dass sie trotzdem Gas geben, auch wenn es gerade schwierig ist. Das klingt für mich so, als hättest du deine Trainingsroutine beibehalten, du hast dann halt andere Dinge gemacht. Ja, ich habe natürlich, als ich zum Beispiel einmal am Knie verletzt war, konnte ich keine Kniebeugen machen. Das war auch frustrierend und man muss damit auch erstmal zurechtkommen. Aber ich habe zum Glück auch eine gute Physiotherapeutin, die mir geholfen hat, die mir Übungen gezeigt hat, die ich machen kann, die mir auch bei der Reha helfen. Und ich habe dann auch den Fokus zum Beispiel mehr aufs Kreuzheben oder aufs Bankdrücken gelegt und auch gemerkt, okay, jetzt mache ich dort mehr Fortschritte und versuche, so etwas Positives zu finden. Und meistens, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ja auch eine neue. Sollte man da auch nicht unbedingt aufgeben, sondern trotzdem weitermachen. Wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also als Leistungssportlerin trainierst du jeden Tag? Machst du jeden Tag Krafttraining? Krafttraining mache ich vier bis sechs Mal die Woche. Also ich studiere ja Sport und deshalb bin ich auch so viel aktiv oder sportlich aktiv. Ich hatte jetzt auch gerade meine Turnprüfung. Und? Ich habe sie bestanden tatsächlich. Aber ich muss halt auch sehr viel üben und das ist natürlich manchmal dann schwierig, wenn man sein eigenes Krafttraining hat. Das geht bei mir auch schon mal vier Stunden. und dann noch touren muss oder davor touren. Das raubt einem viel Kraft. Man hat auch schon mal Angst, sich zu verletzen. Ja, aber manchmal trainiere ich auch zweimal am Tag, weil ich nicht genügend Zeit habe, alles auf einmal zu machen. Dann trainiere ich morgens zwei Stunden und abends nochmal ein, zwei Stunden. Also ich bin schon, ich trainiere schon relativ viel. Also kann man sagen, so vier, fünf Mal und dann vier Stunden ungefähr. Genau. Also das Pensum. Was man glaube ich auch dazu sagen muss, ist, dass die Art des Krafttrainings, das du machst, ist halt nicht so das typische Muskelaufbautraining, wo man sozusagen schweißgebadet schon nach 20 Minuten außer Atem ist, sondern du trainierst ja ein bisschen anders als so dieses klassische Muskelaufbautraining, das man aus der Muckibude sonst so kennt. Magst du das mal beschreiben, wie es so der Unterschied ist? Ja, also ich trainiere ja meine Maximalkraft und ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Sprinten. Wenn man zum Beispiel, oder Sprinter, wenn die einen Sprint machen, brauchen die danach auch ungefähr, ich sage jetzt mal vier Minuten oder so Pause dazwischen, bis sie ihren nächsten Sprint machen können und wirklich leistungsfähig dabei sind. Und ähnlich ist es auch im Kraftsport, wenn ich jetzt einen Satz Kniebeuge mache mit drei Wiederholungen und sagen wir mal 140 Kilo, das ist ein schweres Gewicht, dann brauche ich auch einfach meine Zeit, bis ich den nächsten Satz machen kann. Wenn ich nur eine Minute Satzpause machen würde, dann würde ich vielleicht nur eine Wiederholung oder keine Wiederholung schaffen. Und das ist eben der Unterschied. Es gibt auch Phasen, wo ich mal mehrere Wiederholungen habe und auch kürzere Satzpausen, aber zum Wettkampf hin ist es recht spezifisch. Das heißt, ich habe eher einer bis dreier Wiederholung und relativ lange Satzpausen. Also einen Satz und dann vier, fünf Minuten Pause. Genau, es kommt auch auf die Übung an. Zum Beispiel beim Kreuzheben habe ich zum Teil meine Sätze mit 190 Kilo und dann brauche ich auch schon mal sieben Minuten, bis ich dann wieder erholt bin und den nächsten Satz machen kann. Beim Bankdrücken brauche ich auch zum Teil, also brauche ich ungefähr die Hälfte der Zeit als Pause. Im Prinzip könnte man sagen, das Gewicht ist halt sehr viel höher als beim klassischen Muskelaufbau-Sätzen, wo man vielleicht zehn Wiederholungen macht oder so. Das Volumen ist wahrscheinlich, also zumindest von den Wiederholungen ähnlich, aber eben gestreckt auf eine viel längere Zeit dann. Genau. Wie periodisierst du denn das Training so über Wochen oder Monate? Machst du da spezielle Trainingsphasen? Sieht jede Woche ähnlich aus oder wie gehst du da vor? Also ich bin ja im Nationalkader, im deutschen Nationalkader und mein Trainer Dietmar Wolf schreibt die Pläne für mich. Aber im Grunde periodisiert man das so, dass man meist erst eine Grundlagenphase macht, in der man eben Grundlagen aufbaut, auch viele Wiederholungen macht, auch mal andere Übungen außer, also nicht nur die Kniebeuge, das Bankdrücken und Kreuzheben trainiert. Danach geht man über in eine Aufbaufase, in der man wirklich versucht, dann kraftspezifisch aufzubauen. Die Gewichte werden schwerer und danach geht man in die Leistungsausprägungsphase. Das ist sehr spezifisch. Man hat auch zum Teil eine Wiederholung, hat nicht mehr so viel Assistenzübungen, das Volumen sinkt, die Intensität steigt. Und kurz vorm Wettkampf macht man einen Taper, wird das genannt. Und zwar macht man dann eine Woche wirklich leichtes Training. Also es ist nicht mal wirklich Training, weil man ungefähr mit 60 Prozent arbeitet. Man geht nicht zur Ermüdung. Man möchte einfach nur nicht, dass das zentrale Nervensystem im Prinzip einschläft. Man erholt sich in der Zeit und dann versucht man halt beim Wettkampf 100 oder 110 Prozent zu geben. Was für Leistungsparameter nutzt ihr da, um das Training zu steuern? Also so ein Klassiker, der mir jetzt einfällt, wäre ja One Wrap Mag. Das Maximalgewicht, mit dem man eine Wiederholung schafft. Machst du das auch so oder habt ihr da andere Faktoren? Ja, wir richten uns auch meistens nach dem One Wrap Max. Da werden dann die Gewichte berechnet. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie oft man in der Woche trainiert. Man kann natürlich auch sechsmal die Woche trainieren, aber dann ist das natürlich alles angepasst, auch mit den Wiederholungen und mit den Satzzahlen. Wenn ich jetzt nur dreimal die Woche Zeit habe zum Trainieren, werde ich mehr Sätze machen, als wenn ich sechsmal die Woche trainiere. Wenn man jetzt aus dem Bodybuilding kommt oder so, dann macht man ja klassische Split-Training, wenn man irgendwie häufiger als dreimal die Woche trainiert. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich schweres Kreuzheben mache, häufiger als einmal die Woche, dann habe ich nicht genug Regenerationszeit. Also ich mache es seit einiger Zeit nur noch einmal die Woche. Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch so, gut, jetzt sagtest du heute, Kniebeugen und Bankdrücken, machst du so die Kraft-Dreikampf-Lifts mehrmals die Woche alle? Ja und nein. Also Kreuzheben zum Beispiel reicht bei mir zweimal die Woche. Gerade wenn es schwer ist, brauche ich auch lange Zeit, um mich wirklich zu erholen. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man zum Beispiel Kreuzheben nicht zu schwer trainiert, denn dann wird die Kniebeuge auch schon mal leiden, weil eben der Rücken ermüdet ist und man dann schwieriger Spannung halten kann. Dann Bankdrücken zum Beispiel mache ich vier bis fünf Mal die Woche, da regeneriere ich relativ schnell. Und Kniebeugen mache ich dreimal die Woche. Also im Prinzip ist das schon ein Split, aber ich splitte das jetzt nicht auch nach Muskelgruppen, wie es manchmal im Bodybuilding der Fall ist. Und die Frequenz ist relativ hoch der Übung. Gehst du da ins Muskelversagen? Selten. Also gerade bei den drei Hauptdisziplinen sollte man auch nicht immer zum Muskelversagen gehen, einmal wegen der Regeneration. Denn Muskelversagen wäre jetzt bei mir zum Beispiel, also mein Maximalgewicht ist 210 Kilo im Kreuzheben, dann müsste ich jetzt bei 190 Kilo, wenn ich so viele Wiederholungen mache, wie ich könnte, dann wäre ich jetzt beispielsweise bei fünf Wiederholungen und danach brauche ich, glaube ich, erst mal drei Wochen, bis ich wieder heben kann. Also da muss man halt auch wirklich aufpassen, zumal auch die Technik dann leidet, wenn man wirklich an seinen Muskelversagen geht. Gerade im Kreuzheben, Kniebeuge ist das oft der Fall. Was ich allerdings mache, ist bei Nebenübungen, ich mache auch Maschinentraining, da versuche ich dann schon nahe ans Muskelversagen zu gehen. Du sagtest eben auch schon, du machst auch Assistenzübungen, außer jetzt in der direkten Phase vorm Wettkampf, wenn ich es richtig verstanden habe. Was für Assistenzübungen machst du so? Im Prinzip die klassischen Kraftübungen oder Isolationsübungen, die man auch aus dem Bodybuilding oder aus dem Fitnesstraining kennt. Also ich setze mich auch mal an die Rudermaschine, ich mache auch Trizeps am Kabelzug, Klimmzüge, Beugestütz. Ich versuche das vielfältig zu halten und auch immer schon mal zu variieren. Und da dann auch eher, also im höheren Wiederholungszahlbereich oder auch so mit viel Gewicht und wenig Wiederholung? Da versuche ich tatsächlich dann eher mehrere Wiederholungen zu machen. Also über sechs, sagen wir mal sechs bis 15 Wiederholungen. In dieser Range bewege ich mich einfach, um wirklich den Muskelaufbau damit zu trainieren. Jetzt habe ich eben gesehen, du benutzt ja auch ein paar Hilfsmittel zum Training, zum Beispiel den Gewichthebergurt. Braucht man das? Nein, also man darf im Wettkampf den Gürtel benutzen, im Gewichtheben darf man das auch und im Kraft-3-Kampf. Man darf auch Handgelenksbandagen benutzen in beiden Sportarten, sowie Kniestulpen. Die helfen ungefähr zwei bis fünf Kilo mehr. Man muss es nicht benutzen. Es kann allerdings helfen, dass man mehr Spannung im Rücken halten kann. Aber am Anfang sollte man erst mal auf den Gürtel verzichten und erst, wenn man Trainingserfahrung hat, eins, zwei Jahre, sage ich mal, kann man dann auch den Gürtel dazu nutzen, wenn es an schwerere Lasten geht. Man muss aber wirklich vorher lernen, dass man Spannung im Rumpf halten kann, gerade im Bauch, und dass man im Prinzip auch mit dem Gürtel weiterhin den Bauch nutzt und nicht denkt, okay, ich habe einen Gürtel an. Jetzt muss ich ja nicht so viel Spannung halten. Genau. Also was ist denn eigentlich der Sinn des Gürtels? Wenn man jetzt von außen so als Laie drauf guckt, dann denkt man ja, oh geil, muss ich nicht so viel halten, weil der Gürtel das irgendwie alles stützt. Aber es ist ja eigentlich ganz anders, oder? Ja, und zwar geht es darum, dass man beim Einatmen, kann man sich das wie so einen Ballon vorstellen, und zwar wenn der Ballon viel Luft hat, dann ist er ja stabil. Wenn allerdings Luft rausgeht, dann ist er schlaff und nicht so stabil. Und ähnlich ist das bei der Atmung. Und zwar muss man richtig tief in den Bauch im Prinzip einatmen, und das ist eine Pressatmung auch, um Spannung aufzubauen. Und gerade der Gürtel hilft, dass man eben merkt, dass man diese Spannung aufbaut, und man versucht sie wirklich gegen den Gürtel aufzubauen und diese auch zu halten während der ganzen Bewegung. Deswegen hält man vorher die Luft an oder atmet tief ein und beim Hochgehen oder oben atmet man langsam aus. Aha, also im Prinzip merkst du über den Gürtel, ob du genug Spannung hast? Genau, der gibt dir im Prinzip auch Feedback. Weil viele das am Anfang auch gar noch nicht so merken, habe ich jetzt Spannung, habe ich in den Bauch richtig geatmet? Manche vergessen ja auch gerne schon mal das Atmen am Anfang. Ab wann braucht man denn so einen Gürtel? Also ich meine, ich glaube jeder, der mal im Fitnessstudio trainiert hat, die kommt auch aufs Studio drauf an. Da sieht man manchmal Leute, die dann halt so Bizeps Curls mit gewichtiger Gürtel machen oder so. Also es gibt Situationen, wo er hilfreich ist und andere, wo man ihn vielleicht nicht unbedingt braucht. Für alle, die sich genau diese Frage jetzt stellen, wie würdest du das denn beantworten? Also ab wann macht so ein Gürtel überhaupt Sinn? Also pauschal jetzt eine Zeit sagen, ist etwas schwierig, aber ich finde, man sollte ein bisschen Erfahrung haben und auch wirklich diese Atmung beherrschen bei schweren Übungen. Und gerade an Maschinen oder mit Kurzhanteln braucht man den Gürtel nicht. Da braucht man auch diese Pressatmung nicht, weil man eben keine riesigen Lasten bewegt. Aber beim Kreuzheben, beim Bankdrücken und bei der Kniebeuge ist es eben so, dass man halt wirklich schwere Gewichte bewegt, die stärker man eben wird. und da ist es unglaublich wichtig, dass der Rumpf stabil ist. Und um das zu unterstützen, kann man dann auch den Gürtel nehmen. Aber da am besten auch schauen, dass es einen Trainer gibt, der einem nochmal zeigt, wie das genau funktioniert und sich nicht nur einfach den Gürtel umschneiden und denken, okay, jetzt kann ich 200 Kilo auflegen, ich bin jetzt stabil. Du hattest auch Pressatmung angesprochen. Frag jetzt mal ganz naiv hier, ist das nicht ungesund, wenn man so die Luft anhält bei einem Lift? Ich weiß noch genau, als ich mit Fitnesstraining angefangen habe, da, wo hat mir mein Trainer gesagt, immer schön atmen bei der Übung, weil ansonsten ist es ungesund. Ja, das kann man auch pauschalig so sagen. Bei leichteren Gewichten, wenn man jetzt viele Wiederholungen hat, braucht man auch nicht unbedingt diese Pressatmung. Es geht halt wirklich darum, bei schweren Gewichten, dass man eben stabil bleibt und da hilft es einem eben, diese Pressatmung anzuwenden. Man muss natürlich vorher schauen, habe ich Bluthochdruck, geht es mir gesundheitlich gut, bevor man das macht? Und manchen ist auch ein bisschen schwindelig dabei, dann würde ich sagen, mach es nicht so extrem, aber versuch trotzdem ein bisschen die Luft drin zu halten. Also gerade im Kraft-3-Kamm sieht man auch, wie Heber oder Heberin vorher einatmen und der Bauch richtig zum Vorschein kommt oder nach vorne sich wölbt und dann sieht man auch wirklich, wie sie die Spannung darin aufbauen. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig, im Fitness-Sport. Ich empfehle das eben wirklich, wenn man schwere Gewichte bewegt mit der langen Handtel. Dann sagtest du, du verwendest noch Stulpen. Wofür braucht man die? Die geben einem im Prinzip etwas Sicherheit. Die Knie fühlen sich stabiler an und es ist etwas leichter hochzukommen. Ich nehme sie aber nicht so häufig im Training und versuche, soweit es geht, darauf zu verzichten und eben nur kurz vorm Wettkampf die Stulpen anzuziehen. Also sie sind auch kein Muss. Es ist nochmal anders als der Gurt, den ich als sehr wichtig empfinde. Ich glaube, das hatten wir noch nicht beschrieben. Das sind solche, sehen aus wie Kniebandagen. Ja, im Prinzip. Die man so reinsteigt, die dann das Knie stabilisieren. Genau. Der Gürtel ist erlaubt, die Stulpen sind erlaubt und die Zughilfen, sind die erlaubt? Die sind nicht erlaubt, aber Handgelenksbandagen sind noch erlaubt. Beim Bankdrücken und Kniebeugen nutzen einige Leute auch Handgelenksbandagen. Um die Handgelenke zu schützen. Genau. Das heißt, die 210 Kilo, die du beim Kreuzheben ziehst, die schaffst du ohne Zughilfen. Genau. Ich habe aber auch sehr große Hände. Machst du eigentlich Griffkrafttraining gezielt? Nicht gezielt. Also ich mache gerne Klimmzüge. Da nutzt man das ja auch. Ich hänge mich da auch gerne schon mal aus. Das mal gemacht. Ich glaube, zwei Minuten habe ich da ungefähr geschafft. Versuche auch manchmal im Übergriff zu heben. Da trainiert man ja auch seine Griffkraft. Aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, heute mache ich mal Griffkrafttraining. Ich würde ganz gerne noch mal zum Wettkampf kommen. Du sagtest schon, okay, du machst halt vor ein Tapering, fährst halt die Trainingsumfänge so runter, dass du da voll regeneriert reingehst. Jetzt ist es ja beim Kraft-3-Kampf eine spezielle Situation. Beschreib mal, wie sieht denn eigentlich so ein Wettkampf aus? Okay, also es beginnt schon mal mit der Waage. Zwar wird man gewogen, das Gewicht wird eingetragen und es gibt Gewichtsklassen. Ich selber starte in der Klasse bis 72 Kilo. Das heißt, ich darf maximal 72,0 wiegen. Wenn ich 72,01 wiege, bin ich schon in der nächsten Klasse. Das wäre dann die Klasse bis 84. Das ist also ein großer Sprung. Und zwei Stunden etwa nach der Waage beginnt der Wettkampf. Das heißt so... Darf ich einmal einhaken? Wie schwer bist du denn normalerweise? Gerade bin ich so bei 80, 79 Kilo. Das ist etwas drüber. Also ich muss noch ein bisschen abnehmen. Bei einer Körpergröße? Von 1,73. Also ich bin übergewichtig. Stark. Und hast trotzdem ein Sixpack. Ja. Ja, und nach der Waage, also anderthalb Stunden nach der Waage etwa, beginnt dann das Warm-up für die Kniebeuge. Das ist die erste Disziplin. Und dort hat man drei Versuche. Das heißt, man macht seinen ersten Versuch. Den versucht man leicht zu machen, damit man einen gültigen Versuch drin hat. Und dann ist die nächste Person dran. Und ungefähr nach neun Minuten, zehn Minuten macht man dann seinen zweiten Versuch und dann seinen dritten Versuch. Und der schwerste Versuch, den man dann in dieser Disziplin geschafft hat, wird dann in die Wertung genommen. Danach macht man sich warm für das Bankdrücken. Und da ist das im Prinzip das Gleiche. Man hat drei Versuche. Und auch da zählt der schwerste beziehungsweise der beste Versuch. Und dann kommt es zum Kreuzheben. Und da geht es dann um die Wurscht, quasi wie man sagt. Denn am Ende zählt das Total. Das heißt, von jeder Disziplin wird der beste Versuch addiert. Und am Ende hat man dann eben ein Total. Und wer das größte Total hat in der Gewichtsklasse, ist dann am Ende Sieger. Das heißt, man schaut natürlich genau, wie viel brauche ich im Kreuzheben. Und da wird es dann auch ein bisschen taktisch. Und das macht dann aber zum Glück immer meinen Trainer. Denn ich versuche mich immer voll und ganz auf das Heben, Drücken oder Beugen zu konzentrieren. Und gibt es da eine vorgeschriebene Reihenfolge? Also Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben hattest du jetzt eben. Genau, die ist immer vorgeschrieben. Aha. Kreuzheben als letztes. Merkst du das dann schon? Also, dass du irgendwie merkst, so boah, jetzt soll ich aber schon Kniebeugen und Bankdrücken ja schon, also das ist ja schon sechs Mal, was du machst vorher. Ja, man merkt es schon. Was ich allerdings oft mache, ich bin ziemlich gut im Kreuzheben und das ist so mein Joker. Ich bin auch stark in der Kniebeuge und im Bankdrücken, aber in meiner Klasse zum Beispiel waren die ersten, also die anderen Frauen, die mit vorne an der Spitze waren, waren deutlich stärker dort. Und da habe ich aber auch so ein bisschen Sparflamme, bin ich gefahren und habe dann versucht, im Kreuzheben wirklich alles zu geben. Klar, ich habe jetzt nicht super leicht gebeugt, aber ich bin jetzt nicht bis ans Limit gegangen. Also ich hätte glaube ich noch zweieinhalb bis fünf Kilo mehr machen können, wollte da aber nicht so viel Kraft verpulvern. Und deshalb habe ich dann im Kreuzheben versucht, dann alles zu geben, damit es dann reicht. Spannend. Wann geht so ein Wettkampf los? Morgen? Also ist das schon morgens? Gibt es auch schon morgens. Ich hatte auch schon mal um sieben Uhr die Waage. Das ist nicht so cool, wenn man Gewicht machen muss. Ist aber immer unterschiedlich. Man kann auch nachmittags den Wettkampf haben oder 18 Uhr gibt es auch. Das ist nicht so cool, finde ich, wenn man so spät abends noch heben muss. Das ist also immer unterschiedlich. Hast du da spezielle Routinen, die dir dabei helfen, an dem Tag dann wirklich deine Leistung auch abzurufen? Ja, was das Mentale angeht, sage ich mir vor allem, okay, ich habe viel trainiert, ich habe mein Bestes gegeben, es kann nur was Gutes bei rauskommen. oder mach mir noch mal bewusst, wie viel ich investiert habe und dass ich das kann. dass ich wenig Fehlversuche, zum Beispiel im Training hatte, sowas motiviert mich danach immer sehr. Dass ich weiß, okay, ich bin jetzt erholt, jetzt habe ich noch mehr Kraft als im Training und heute ist es Zeit, dass ich endlich zeigen darf, also ich freue mich wirklich darauf, dass ich endlich mal 100 oder 110 Prozent geben darf. Cool. Also, du erwartest das schon. Genau. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, du hast einen tollen Instagram-Kanal, da kann man dich auch beim Training, auch zum Teil beim Wettkampf dir zusehen und wenn du so einen schweren Lift machst, dann sieht man, du schließt die Augen, es dauert ein paar Sekunden und dann machst du den Lift. Genau. Was passiert da in der Zwischenzeit? Ich glaube gar nicht so viel, also ich bin, ich hype mich so ein bisschen innerlich auf, ich habe so ein kleines Mantra, dass ich mir zum Beispiel sage, ich ziehe die jetzt, ich kann das und dass ich wirklich überhaupt keinen Selbstzweifel habe, sondern vollkommen selbstbewusst bin und an die Hand gehe und mir vollkommen sicher bin, dass ich das jetzt schaffe und ich glaube, das kann enorm helfen, dass man etwas dann auch wirklich schafft, weil oft ist dann eher so das Mentale, was einen dann zurückhält. Und simulierst du im Kopf diese Wettkampfsituation auch vorher schon mal? Vor ein paar Wochen war zum Beispiel der Günter Matzinger zu Gast und der geht halt, also er kommt jetzt aus dem Ausdauersport, aber der geht, wenn er sich abends ins Bett legt, diese Wettkämpfe und die Situation einfach gedanklich durch und trainiert, während sein Körper ruht, trainiert er halt weiter. Machst du sowas auch? Ja, und das mache ich auch schon Wochen vorher tatsächlich, auch im Alltag. Manchmal, wenn ich an der Kasse stehe, stelle ich mir schon vor, wie ich vor der Hand stehe und das Publikum höre und wirklich kriege ich manchmal Gänsehaut, dass ich mir dann wirklich vorstelle, wie ich das Gewicht bewegen kann und ich glaube, das kann auch sehr viel helfen, auch schon langfristig vor dem Wettkampf, dass man sich das vorstellt. Was ich allerdings auch mache, ist, dass ich mir ein Szenario schon mal vorstelle, was ist, wenn es nicht so perfekt klappt? Also, dass ich quasi dann nicht total überrascht bin, wenn ich jetzt mal einen ungültigen Versuch bekomme, das kann ja immer schon mal sein, dass man einen Technikfehler macht, sondern, dass ich dann ruhig bleibe und einfach im zweiten Versuch oder im dritten Versuch dann wieder zeige, das ist, was ich eigentlich kann. Spannend. Und das sind ja so Techniken, die, das nehme ich immer wieder wahr, die halt so Leistungssportler in den meisten Fällen nutzen und die ja jeder von uns nutzen kann. Also, jeder von uns hat Situationen, wo er eigentlich die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, sich vielleicht das Training schon mal durchzugehen und sich genau auf diese nächste Trainingseinheit oder auch das, was du für die Wettkampfsituation machst, das halt auch als Trainingsmöglichkeit zu nutzen. Wie kam das, dass du dich damit beschäftigt hast, mit solchen mentalen Techniken? Ich habe mich tatsächlich schon immer sehr für Psychologie interessiert und habe dann eine Hypnoseausbildung an der Deutschen Sporthochschule gemacht. Das war ziemlich cool und da habe ich echt gemerkt, was eben Gedanken alles mit einem machen können oder die Art, wie wir denken, wie wir unsere Gedanken formen. Und dann war ich total begeistert und habe immer mehr darüber gelesen und mich so ein bisschen weitergebildet und auch einfach mal selber geübt, was bringt mir am meisten. Das heißt ja nicht, diese Technik ist super für alle. Also jeder ist ja auch anders, aber es gibt bestimmte Techniken, die ich einfach für sehr gut empfinde und auch immer wieder anwende. Du machst im Kraft-Dreikampf die Grundübung, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Unterscheiden die sich in der Ausführung von dem, was man so vielleicht im Fitnessstudio macht, auch wenn es dann technisch korrekt ist? Ja, sehr oft. Was man zum Beispiel im Fitnessstudio oft sieht, ist, dass bei der Kniebeuge nicht tief gegangen wird. Das sind dann eher so Hofknickse, sage ich mal. Und dann sagen die Leute, ja, ich habe 200 Kilo gebeugt und dann denke ich mir, nee, hast du nicht. Also gerade im Wettkampf gibt es bestimmte Regeln, die bestimmen, wann ein Lift, eine Disziplin technisch korrekt ausgeführt wurde. Das heißt, beim Kreuzheben muss man am Ende gerade stehen und warten auf das Abkommando, bis man die Handel wirklich ablegen darf. Und man darf sie auch nicht fallen lassen, das heißt nicht einfach Hände auf und okay, ich habe es geschafft. Dann wäre es auch ungültig. Beim Bankdrücken ist es auch so, dass der Hintern auf der Bank bleiben muss und viele, die schwer Bankdrücken machen, da geht dann irgendwann der Hintern hoch und das wird dann eher zum Negativ-Bankdrücken bei vielen. Und das ist eben auch wichtig. Und was auch wichtig ist, beim Bankdrücken gibt es einen der Kampfrichter, oder es gibt einen Kampfrichter in der Mitte, der dir eben ein Kommando gibt. Und zwar ein Startkommando, wenn du die Handel abführen darfst, dann ein Presskommando, das heißt, du musst also eine kleine Pause machen auf der Brust und dann musst du die Handel nochmal, sobald du sie gedrückt hast, oben kurz festhalten, bis der Kampfrichter Rack sagt. Und das ist wirklich etwas anderes, als im Fitnessstudio einfach auf die Brust fallen lassen, Herzrhythmusmassage wieder hoch und wieder in den Ständer legen. Also das ist nochmal ein großer Unterschied. Beim Kreuzheben, wenn du das Gewicht dann absetzt, gibt es da spezielle Vorgaben? Also ab wann ist es dann gültig? Du musst am Ende, du darfst ja einmal konventionelles Kreuzheben machen mit einem engeren Stand und du kannst auch Sumo-Kreuzheben machen, das ist auch zulässig. Das ist ein breiterer Stand, da hast du die Hände innen, du greifst also zwischen deinen Beinen und du hast im Prinzip eine Minute Zeit, wenn du an der Handel stehst, bis du den Lift machst quasi. Und ich stehe zum Beispiel auch immer gerne 30 Sekunden erstmal davor, habe meine Augen zu, konzentriere mich und hebe dann erst. Und sobald du eben das Gewicht nach oben bewegt hast, müssen die Schultern etwas nach hinten sein, das heißt, du musst wirklich aufgerichtet sein und die Beine müssen durchgestreckt sein. Manche stehen dann so ein bisschen mit den Knien noch so vorne, so als hätten sie irgendwie die Hose gemacht. Das wäre dann auch ungültig. Und dann muss man eben warten, bis der Kampfrichter absagt. Der Kampfrichter wartet meistens so lange, bis der das Gefühl hat, die Bewegung ist vollendet. Das heißt, die Beine sind durchgestreckt und die Schultern sind hinten und der Lift ist ausgeführt. Also du kannst es da nicht fallen lassen. Genau. Wie setzt du es dann ab? Also ich setze immer sehr sanft ab. Man hört mich auch meistens nicht, wenn ich Kreuzheben trainiere. Aber man muss sie jetzt auch nicht so super leise absetzen. Man soll es halt nur nicht komplett fallen lassen. Das heißt, man muss die Handel mit den Händen noch führen. Beim Kniebeugen sagtest du tief gehen. Und wie tief denn? Also wie wird das gemessen? So tief, dass die Hüfte beziehungsweise der obere Hüftteil unter dem Knie ist. Also knapp unter Parallele im Prinzip. Wenn man von der Seite guckt. Genau. Es gibt zwei Kampfrichter an der Seite und einen Kampfrichter vorne. Gerade im Breitensport ist ja das Thema Mobilität häufig so läuft unter ferner Liefen, wenn es überhaupt gemacht wird. Wie ist das bei dir? Welche Rolle spielt Mobilitätstraining in deiner Trainingsroutine? Kurz vorm Wettkampf beziehungsweise jetzt gerade auch schon keine große Rolle, da es nicht immer von Vorteil ist, wenn man zu beweglich ist. Also eine gewisse Steifheit in Anführungsstrichen ist von Vorteil im Kraftdreikampf. Allerdings versuche ich trotzdem, manchmal als Cooldown mich ein wenig zu dehnen oder wenn ich es irgendwo aktiv brauche, wenn ich zum Beispiel viel gesessen habe, dann dehne ich mich schon mal ein bisschen mehr vor dem Training. Also kommt immer ganz darauf an, in welcher Situation ich gerade bin. Und gerade, weil ich auch Sport studiere und vielen Bewegungen bin, dehne ich mich auch nicht so viel. Ich habe eher das Bedürfnis, wirklich, wenn ich länger sitze oder mich eben nicht bewege. Also gehst du wirklich nach dem Körpergefühl dann? Genau, im Prinzip schon. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Regeneration zu sprechen kommen, denn wir wissen ja alle, ohne Regeneration keine Leistungssteigerung. Wie stellst du denn sicher bei deinem Trainingspensum, dass das passt? Also, dass du genug regenerierst? Da spielen ja auch äußere Faktoren eine Rolle. Wie viel du schläfst, wie viel Stress du hast. Vielleicht jetzt in der letzten Klausurenphase, weiß ich nicht, ob du gemerkt hast, ob sich das auf dein Training auswirkt. Du trainierst ja auch am Limit, das ist ja auch Teil der Definition von Leistungssport. Wie kriegst du das hin, da halt die richtige Balance zu finden? Ganz wichtig ist auf jeden Fall die Trainingsplanung dabei. Ich habe ja eben schon gesagt, Kreuzheben mache ich zum Beispiel nur zweimal die Woche, damit ich mich eben zwischen den Einheiten regenerieren kann. Wenn ich die jetzt direkt hintereinander machen würde, dann könnte mein Körper sich nicht regenerieren und die Verletzungsgefahr steigt und auch meine Kraft sinkt. Also ich werde dann am zweiten Tag nicht mehr so leistungsfähig sein. Und dann ist natürlich Schlaf wichtig. Ich glaube, das ist allen bewusst beziehungsweise bekannt. Wie viel Schlaf brauchst du? Eigentlich schon acht Stunden, aber es ist leider nicht immer möglich, gerade auch in der Klausurenphase. Ich arbeite noch als Schwimmlehrerin, ich arbeite auch als Trainerin. Und wenn man dann eine Frühschicht hat und eine Spätschicht und noch was vorkochen muss, ist das manchmal nicht immer möglich. Aber ich versuche dann trotzdem irgendwie eine Balance zu finden, dass ich mir dann bewusst irgendwie am nächsten Tag, dass ich früher ins Bett gehe und wirklich dann die Priorität auf den Schlaf lege. Und was auch sehr wichtig ist, ist die Ernährung. Ich achte immer sehr auf meine Ernährung. Ich gehe auch schon mal Eis essen oder ich esse auch mal ein Stück Kuchen. Aber ich achte sehr auf meinen, dass ich darauf, also ich achte sehr darauf, dass ich genügend Eiweiß esse, dass ich Gemüse esse, Obst in Maßen und versuche einfach, wenig Süßigkeiten, wenig Fastfood zu essen, nicht zu fettig. Und das merke ich wirklich, dass es mir bei der Regeneration hilft. Hast du da ein spezielles Modell oder trackst du deine Ernährung? Ja, ich habe im Prinzip nutze ich so eine App, mit der ich das tracke von RP Strength aus Amerika und die gibt mir im Prinzip je nach Ziel, was ich gerade habe, abnehmen, zunehmen, Gewicht halten, gibt sie mir grobe Makronährwerte, also Kalorien vor, an die ich mich auch grob halte. Ich versuche da nicht zu akribisch zu sein, weil ich glaube, dass das manchmal eher zu einem gestörten Essverhalten führen kann. Versuche mich aber im Groben daran zu halten. Ich war zum Beispiel gestern noch spät essen und auch auswärts. Es war dann leider frittiert, obwohl ich das nicht frittiert haben wollte und habe dann eben heute das Frühstück weggelassen. Also ich versuche dann da so ein bisschen die Balance zu finden. Und was ist so dein Kalorienstil am Tag? Kommt immer darauf an, wenn ich versuche abzunehmen, bin ich im Schnitt bei 2400 Kalorien ungefähr. Also es ist in Ordnung, ich muss jetzt nicht groß hungern. Und sonst, um zu erhalten, brauche ich ungefähr 3000 bis 4000, je nach Tagesablauf. Ja, und alles darüber, nehme ich dann eher zu. Ja, das geht mal raus an die Ladies, die vielleicht bisher so ein bisschen Angst vor den schweren Gewichten hatten. Das ist auch ein Vorteil vom Krafttraining, dass man einfach einen höheren Energiebedarf hat. Ich teste seit einigen Monaten so ein Regenerationsarmband, Whoop heißt das. Der Günter Matzinger hatte das empfohlen und da habe ich mir das gleich mal zugelegt. Ich finde es ziemlich praktisch. Also da wird halt irgendwie die Schlafdauer getrackt, Herzfrequenz, Variabilität und so weiter. Im Vorgespräch sagtest du ja schon mal, du hast da auch Erfahrungen mit. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich habe gemerkt, dass ich oft den Schlaf vernachlässigt habe und das hat mir wirklich nochmal bewusst gemacht, wie wichtig das ist, dass man da Prioritäten setzt. Also wirklich in Form von, nee, ich beantworte jetzt nicht noch die Mails, ich gehe jetzt ins Bett, ich lege jetzt mein Handy irgendwie weg. Ich achte darauf, dass ich versuche, zur Ruhe zu kommen und wirklich einfach ins Bett zu gehen, Handy weg oder das Blaulicht vom PC vermeiden und habe wirklich aktiv darauf geachtet, mehr zu schlafen, indem ich einfach früher ins Bett gegangen bin. Und das hat mich auch motiviert, denn man sieht bei der App wirklich, wie du im Schnitt schläfst, wie du dich, wie du regenerierst und es wird dir auch in Form einer Farbe auch angezeigt, schön rot heißt, okay, am besten heute nicht unbedingt trainieren, du bist sehr schlecht regeneriert, gelb ist moderat und grün ist sehr gut. Und es misst vor allem anhand der Herzratenvariabilität, also der HRV und der Herzfrequenz kann es recht gut auch analysieren, wie gut du erholt bist. Hat dir das tatsächlich auch in deinem Training dann geholfen? Also hast du danach dein Training auch gesteuert? Man kriegt immer diesen Wert, diese Aussage morgens, wenn man aufgestanden ist, dann sagt er, hey, du bist so und so gut regeneriert. Ich habe zum Beispiel das, was ich heute gemacht habe, Kreuzheben, stand bei mir eigentlich gestern drauf und ich bin gestern Morgen aufgewacht und hatte so einen roten Balken und dachte, okay, macht keinen Sinn, ich mache heute keinen. Ich habe es aber auch im Körper gefühlt und habe es dann auf heute verschoben und heute war ich dann im orangen Bereich und dachte, naja, gut, mal probieren, hat ganz gut geklappt. War das bei dir auch so? Ja, tatsächlich war das so und das stimmte auch häufig. Also ich war dann auch sogar ein bisschen öfter im roten Bereich, was ich nicht so cool fand. Wir hatten zum Beispiel ein Trainingslager kurz vor einem Wettkampf und da haben wir wirklich jeden Tag schwer trainiert und das geht natürlich auch sehr auf das zentrale Nervensystem und die Zeit danach konnte ich zwar echt tief und fest schlafen, aber anscheinend war ich so unerholt trotz des Schlafes, dass ich einfach mehr Pause benötigt habe und habe eben dann noch ein, zwei Tage Pause extra eingeschoben und ich glaube auch, dass es mir eher gut getan hat und da muss man auch aufpassen, dass man nicht so ins, ich sage jetzt mal, Übertraining kommt, denn man kann auch wirklich zu viel trainieren. Jetzt trägst du das Armband ja nicht. Wieso? Und zwar bin ich aus Versehen damit in die Badewanne gegangen und es war das, also sie ist eigentlich wasserfest, aber ich hatte das Ladegerät daran, das ist ziemlich unscheinbar und habe dann direkt gemerkt, oh nein, verdammt. Und dann war ich erst mal so geizig, mir das jetzt noch mal neu zu kaufen, aber ich habe auf jeden Fall vor, mir das noch mal zu holen. Das ist mir auch schon fast passiert. Also das Ding ist halt wasserdicht, wenn man nicht das Ladegerät drauf hat und man vergisst es halt. Also ich bin auch schon mal mit dem Ladegerät, stand ich unter der Dusche, wollte gerade anmachen und dachte so, oh. Also im Bodybuilding gibt es ja so Aufbau und Definitionsphasen. Jetzt spielt ja bei dir auch das Gewicht eine Rolle. Im Moment liegst du ja acht Kilo über deinem Wettkampfgewicht. Wenn es auf den Wettkampf zugeht, musst du ja irgendwie diese acht Kilo loswerden. Wie machst du das? Über Fettabbau oder rein Wasserhaushalt oder Glykogenspeicher leeren? Eine Mischung aus allem. Also gerade bin ich auch tatsächlich etwas zu schwer für meine Verhältnisse. Eigentlich ist so mein Obergewicht bei 77 Kilo, dass ich eben einfach in je 72 Kilo Klasse cutten kann, wie man so schön sagt. Ich habe jetzt aber versucht, in der 84er zu starten, war aber nicht so zufrieden, auch mit mir, meinem Körper, weil ich eben nicht mehr so sportlich mich gefühlt habe, gerade bei Körpergewichtsübungen, beim Touren, im Sportstudium. Es ist einfach nicht so angenehm, wenn man über 80 Kilo wiegt und hat jetzt für mich als Motivation gehabt, dass ich eben wieder etwas runtergehe mit dem Körpergewicht und versuche, in die 72er Klasse zu gehen. Wenn ich mich da nicht wohlfühle, werde ich das auch nicht machen. Ziel ist es aber trotzdem schon. Und ich fange an mit einem Kaloriendefizit, das am Anfang nicht zu hoch ist. Das braucht man am Anfang nicht. Man muss sich nicht sinnlos quälen. Ich esse auch weiterhin Kohlenhydrate. Die sind auch wichtig, wenn man viel trainiert. Und da nehme ich eigentlich auch relativ schnell ab. Und je mehr man abnimmt, irgendwann stagniert dann natürlich das Gewicht so ein bisschen, weil eben auch der Kalorienverbrauch sich anpasst. Man wiegt ja weniger. Und dann fahre ich eben eventuell nochmal runter. Oder ich füge etwas Ausdauersport hinzu, versuche mich mehr zu bewegen. Im Sommer kann man ganz gut Schritte sammeln. Also einfach mal zwei Stationen früher aussteigen, ein bisschen mehr zu Fuß gehen. Sowas kann auch schon sehr viel bewirken. Und wenn es dann, also ich bin natürlich auch am Ende ziemlich trocken vom Körperfettanteil her. Also ich bin dann ungefähr bei 10 Prozent und kann dann kaum mehr Fett verlieren. Meistens geht dann eher Muskulaturflöten. Und deshalb entscheide ich mich meistens etwas, mein Körpergewicht zu manipulieren. Und zwar entwässere ich dann etwas. Das heißt, ich lade über ein paar Tage viel Wasser. Das heißt, mein Körper denkt, oh, wir haben viel zu viel Wasser, wir müssen viel auf Klo. Und ungefähr 15 Stunden vor dem Bettkampf höre ich dann auf zu trinken. Und mein Körper, also die ganzen Hormone, denkt natürlich immer noch, okay, wir haben zu viel Wasser, wir müssen natürlich jetzt auf Klo. Und so kann man nochmal Wasser verlieren. Man muss dann natürlich vorsichtig sein auch, dass man danach wirklich direkt trinkt nach der Waage, dass man Elektrolyte zu sich nimmt und auch schaut, wie es einem geht im Warm-up, weil es schon zu einem Kraftverlust führen kann. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber bei mir ist es halt eben, ich muss es leider machen, weil ich sonst Muskulatur abbauen würde und das möchte ich nicht so gern. Und die Leistung bringst du dann ja offenbar trotzdem im Wettkampf. Also scheint ja gut zu klappen. Ja. Und du gehst dann zwei Stunden vor dem Wettkampf dehydriert auf die Waage? Ja. Und dann, also dann trinkst du ohne Ende danach. Genau, ich habe dann immer schon alles vorbereitet. Ich hole immer aus der Apotheke Elotrans, das ist so, was man nimmt, wenn man Durchfall hat. Weil man da ja auch viel Flüssigkeit und Mineralstoffe verliert. Und das trinke ich dann eben. Ich trinke meistens einen Liter, anderthalb Liter und esse auch direkt Kohlenhydrate, dass eben meine Glykogenspeicher wieder gefüllt werden. und vermeide Fett, denn Fett dauert einfach lange bei der Verdauung und ich möchte schnell wieder fit sein. Ein bisschen Eiweiß, aber Fokus ist halt wirklich auf Kohlenhydraten, die ich schnell verdaue. Ja, und dann geht es auch schon los. Man darf halt auch nicht zu viel essen, das ist dann das Problem, wenn man so lange die Diät gemacht hat und auf einmal darf man den Kuchen da essen, der da steht. Den Fehler habe ich schon mal gemacht, dass ich zu viel gegessen habe. Stehst du da im Wettkampf und denkst so, Mann, bin ich da. Ja, der Gürtel drückt dann nochmal mehr und man denkt sich, um Gottes Willen, zum Glück muss ich nur eine Wiederholung machen. Okay, und in dieser Entwässerungsphase machst du dann auch Low Carb, um die Glykogenspeicher leer zu kriegen? Ja, also drei Tage vorher nehme ich eigentlich schon die Kohlenhydrate raus, dass ich die wirklich leer kriege, da bin ich dann auch echt schlecht gelaunt. Und ich nehme dann auch zwei Tage vorher ungefähr das Salz raus. Da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass man das nicht zu früh macht, weil man dann wirklich den Haushalt im Körper total durcheinander bringen kann. Aber ich habe das jetzt auch schon öfter geübt und so ein bisschen da meinen Weg gefunden, wie das bei mir funktioniert und es ist echt erstaunlich, wie viel man an Gewicht verlieren kann. Nicht an Fett, sondern an Gewicht. Ganz wichtig. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe das selbst mal für das Fotoshooting für mein Buch gemacht. Auch so ähnlich. Also es klingt sehr in die Richtung, was ich auch gemacht habe und das ist auf der Waage Wahnsinn, wie viel Gewicht darunter gegangen ist und es ist aber auch ganz schön anstrengend, gerade so die letzten Tage. Falls es dich interessiert, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich mal in den Shownotes, da ist dieses Prinzip erklärt. Kann man jetzt aus ganz unterschiedlichen Gründen durchführen, zum Beispiel für einen Wettkampf, wenn es auf eine Gewichtsklasse ankommt oder eben auch für ein Fotoshooting, um in dem Fall halt ist das Ziel, das Wasser aus dem Körper zu kriegen, also es unter der Haut weggeht, sodass man dann halt härter wirkt. Das hast du wahrscheinlich bei dir auch festgestellt, dass du viel definierter ausgesehen hast. Ich hätte auch auf die Bühne gehen können mit ein bisschen mehr Farbe. Ja, ein paar Tage später ist es wieder weg. Ja. Es ist schon echt faszinierend. Also nicht ganz weg, aber es ist halt anders so ein bisschen, ja. Wie hoch ist denn dein Eiweißanteil, wenn du sagst, du kriegst da Vorgaben, wahrscheinlich Makronährstoffverteilung, wie sieht das aus ungefähr? Meistens so zwischen 170 und 200 Gramm Eiweiß, also relativ hoch. Ich bin jetzt aber auch nicht, wenn das mal weniger ist, ist das auch in Ordnung. Es geht halt da auch wieder um die Wochenbilanz. Also ungefähr so das zweieinhalbfache des Körpergewichts? Ja, ungefähr. Ja, okay. Wie planst du das mit der Ernährung? Das ist vielleicht nochmal interessant für alle, die zuhören. Du hattest eben schon angedeutet, du kochst auch vor. Wie sieht das aus, wenn du deine Ernährungswoche planst? Gibt es da so spezielle Routinen, die dir dabei helfen, auch da deine Ziele zu erreichen? Gerade in der Diät bin ich da relativ akribisch, sage ich mal, dass ich auch wirklich plane, okay, morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs, ich nehme mein eigenes Essen mit, denn ich möchte das nicht so gerne im Zufall überlassen, dass ich dann mir irgendwie eine Currywurst oder so holen muss, weil es nichts Gesundes gibt an Alternativen. Und das heißt, ich koche dann meistens abends vor, beziehungsweise wenn ich abends für mich koche, koche ich dann auch schon mal vor. Also das heißt, ich koche einfach die doppelte Menge, deswegen ist das nicht unbedingt mehr Arbeit. Packst dann in eine Tupperdose, in den Kühlschrank und nehme es morgens mit. Es ist also im Prinzip alles eine Sache der Planung, wenn man irgendwie sagt, ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung. Doch die hat man, die muss man sich auch ein bisschen nehmen, man muss es halt planen, dann ist es auch kein Aufwand mehr. Und man ist halt auch dann zufriedener mit sich selber, wenn man eben sich nicht immer sagt, ich habe ja keine Zeit dafür und ich kann ja gar nicht abnehmen. Hast du da so Favoriten? Was sind so vielleicht Mahlzeiten, die du dir regelmäßig machst und liebst? Auch wenn ich heute den Tag mit Sushi begonnen habe, also ich meistens mittags beziehungsweise morgens, ich nenne es immer den Zauberbrei, das ist bekannt, so heißt das eigentlich nur 500 Gramm Speisequark und aufgekochte Haferflock, manchmal koche ich die auch abends, dass sie dann über Nacht noch so ein bisschen aufquellen, mache ein bisschen Süßstoff rein und Beeren und Zimt und Leinsamen und Chiasamen und alles mögliche rein. Lecker. Ja, ist auch wirklich lecker. Und das ist auch gesund und es macht vor allem satt und auch länger satt als so ein Toastbrot morgens zum Beispiel. Und was ich auch als Strategie habe, ist intermittierendes Fasten. Also ich versuche morgens das Frühstück eigentlich wegzulassen, es sei denn, ich muss jetzt morgens trainieren, dann esse ich meistens eine Kleinigkeit. Aber das hat mir einfach sehr geholfen, dass ich wirklich weniger esse und auch bewusster esse und merke, okay, habe ich jetzt Hunger oder ist es einfach nur Gewohnheit, dass ich aufstehe und mir direkt ein Essen zubereite? Das heißt, du isst dann tatsächlich, wenn du Hunger hast? Ja, im Prinzip schon. Und nach dem Training wahrscheinlich generell? Genau, also nach dem Training meistens ein Shake oder ein Quäse. Und ja. Und hast dann wahrscheinlich eh Hunger, ne? Ja, schon. Also gerade, wenn ich so ein langes Training habe, merke ich dann auch am Ende so, ich brauche jetzt leider was zu essen. Wenn wir jetzt mal Ernährungspläne außen vor lassen, was ist deine Lieblingsmahlzeit? Deine Lieblingsspeise? Sushi. Ah. Und Lachs. Nimmst du Supplements, Nahrungsergänzungsmittel? Ja, aber ich habe wirklich den Fokus auf meiner Ernährung und als Supplements nehme ich im Prinzip Whey. Das kann man ja als Supplement zählen. Also Eiweißpulver meist nach dem Training, manchmal auch im Quark, einfach damit es besser schmeckt. Und Magnesium nehme ich und Kreatin. Davon halte ich auch sehr viel. Das ist im Prinzip das Supplement, von dem man sagen kann, dass es am meisten wissenschaftlich bewiesen ist, dass wirklich die Leistung im Kraftsport steigert. Und ja, sonst nehme ich eigentlich kaum Supplements. Ich muss auch sehr aufpassen, weil ich eben im Nationalkader bin. Da bin ich auch im Anti-Doping-System von der VADA beziehungsweise der NADA. Das ist die nationale Anti-Doping-Agentur und ich muss tatsächlich jederzeit eintragen, wo ich zu erreichen bin. Und es könnte jederzeit eine Doping-Kontrolle sein. Das kann auch sein, dass wir unseren Podcast dann pausieren müssen, weil jetzt die NADA vor der Tür steht. Inwiefern, jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, inwiefern sind Supplements Doping relevant? Das ist ja kein Doping. Also warum musst du da aufpassen? Es gibt natürlich auch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man eben ganz doll aufpassen. Bekannte Supplements sind es eigentlich nicht unbedingt. Es gibt allerdings die Kölner Liste und auf der sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel, von denen man ziemlich sicher sein kann, dass sie nicht verunreinigt sind und dass man sie nehmen kann. Ich muss auch bei Medikamenten aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Wochen vor dem Wettkampf auch krank werde oder kurz vor dem Wettkampf und mir eine Aspirin-Komplex nehme, dann ist ein Doping-Test positiv, denn da ist Pseudo-Ephedrin drin und dann ist der Test eben positiv. Also da muss man wirklich aufpassen und Unwissenheit schützt halt vor der Strafe nicht. Das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt diese Kölner Liste, da kann jeder reingucken und falls du jetzt einen Eiweißpulver verwendest, dann ist es bestimmt eine gute Idee, da mal abzugleichen, ob das auf der Kölner Liste steht. Wenn es nicht drauf steht, dann auch unabhängig, finde ich persönlich jetzt von Doping-Tests, dann heißt das zumindest schon mal, dass der Hersteller dieses Geld nicht investiert hat, um festzustellen oder zu zertifizieren, dass da halt keine verbotenen Substanzen drin sind. Und wenn es nicht drauf steht, dann bedeutet das halt, also dann kann es sein, dass da irgendwelche Dinge drin sind, die man eigentlich nicht so gerne in seinem Körper drin haben möchte. Du kannst jederzeit kontrolliert werden. Genau. Nervt das nicht? Ja, es nervt. Also es ist wirklich nervig, gerade weil ich viel unterwegs bin, muss ich angeben, okay, dann bin ich dort und muss jetzt die Adresse jetzt von Hamburg angeben und es ist wirklich viel Arbeit und ich habe auch oft Angst, irgendwie was zu vergessen, dass ich dann vergessen habe, was einzutragen und dass sie dann genau dann anrufen und sagen, ja, wir stehen vor ihrer Tür, Dopingkontrolle, im Wettkampf wurde ich auch schon, ich glaube, viermal jetzt kontrolliert und es läuft eben so ab, dass der Urin getestet wird, das heißt, man pinkelt in einen Becher und der, beziehungsweise die Kontrolleurin schaut einem auch wirklich dabei zu, denn in der Vergangenheit ist es dazu gekommen, dass manche das auch manipuliert haben und eben einfach anderen Urin genommen haben und den dann abgegeben haben, also sie sind da wirklich sehr streng. Da gibt es eine interessante Doku Icarus auf Netflix. Ja, die kann ich auch sehr empfehlen. Also wirklich erschreckend, wie es in anderen Ländern abläuft, also wie unsauber dort der Sport ist. Ich habe vor einigen Wochen eine Doku gesehen, die findet man auch in der ARD-Mediathek, nennt sich Herr der Heber und dabei geht es um Doping im Kraftsport, konkret da im olympischen Gewicht heben. Das scheint viel größere Ausmaße zu haben, als ich das so auf dem Schirm hatte und auch gedeckt vom, zumindest wenn das alles so stimmt, vom Verbandschef, also richtig so mit System. Hast du da Erfahrungen irgendwie, du bist zumindest ja jetzt auf deutscher Ebene ganz oben, weiß nicht, ob du schon auf internationalen Wettkämpfen warst, aber zumindest redest du bestimmt mit anderen Leistungssportlern. Wie ist das denn so? Wenn jemand schummelt, sozusagen, das kann ja ziemlich frustrierend sein, wenn man selbst versucht, eben drauf zu achten, da alles richtig zu machen und bei anderen ist es halt ganz anders und die spielen dann halt in einer ganz anderen Liga vielleicht mit. Das ist es auch auf jeden Fall, gerade eben, wenn man das Talent hat, wenn man hart arbeitet und am Ball bleibt die ganze Zeit und dann hat man eben die Chance, vielleicht einen Europarekord oder Weltrekord sich zu holen und dann gibt es da eben aus einer anderen Nation eine Person, wo man sich fragt, kann das wirklich so möglich sein? Ich möchte da auch keiner Nation was unterstellen, aber ich glaube auch einfach, die moralischen Einstellungen sind in anderen Ländern zum Teil sehr unterschiedlich zu unserer. Hier ist es ja total verpönt, wenn man eben dopt, dann ist es um Gottes Willen, es ist unsportlich und in anderen Ländern ist so mein Eindruck, es ist okay, sie hat alles für den Sport gegeben und da wird es sogar eher gefördert vom Staat und das finde ich eben traurig, dass das der Fall ist. Nun gilt ja Kraftsport als Männerdomäne. Ich nehme das auch so wahr, als würde sich das die letzten Jahre auch geändert haben. Wie war das denn, als du angefangen hast vor fünf Jahren? Da war es ja definitiv noch so, dass zumindest nur an den schweren Gewichten fast keine Frauen, zumindest in meiner Wahrnehmung war das sehr exotisch. War das nicht komisch für dich als Frau damals in so einer männerdominierten Diszipline irgendwie anzufangen? Andersrum gefragt an alle Frauen, die jetzt zuhören und die sich vielleicht sagen, oh, hab ich jetzt irgendwie, kann ich, fühle ich mich unwohl. Was würdest du für denen, was würdest du denen für einen Tipp mitgeben und wie war das bei dir? Was hat dir damals geholfen? Also mir hat sehr geholfen, glaube ich, dass ich in Amerika gelebt habe und ich glaube, die Leute sind da relativ offen und finden neue Dinge eigentlich tendenziell eher cool. In Deutschland ist man eher so ein bisschen, hm, Frauenkraftsport, hä, wie kommt man denn darauf und sind da Fragen das eher etwas kritisch? Aber ich bringe es meistens mit einer Begeisterung rüber, dass die Leute dann sagen, okay, stimmt eigentlich so, warum sollten Frauen kein Krafttraining betreiben? Und ja, ich glaube, man muss sich da einfach von losmachen, dass eben stark sein ist ja keine männliche Eigenschaft. Ich finde auch, als Frau kann man stark sein oder gerade als Frau. und ich finde es auch attraktiv, wenn Frauen sportlich sind, wenn sie stark sind, ihren Koffer selber in die Bahn heben können, als Beispiel. Und man sollte sich da, glaube ich, nicht so von den gesellschaftlichen Vorurteilen so beeinflussen lassen, auch wenn es leicht gesagt ist. Aber ich habe es einfach gemacht und bin tatsächlich, ich fand das auch viele toll, dass ich immer noch aussehe wie eine Frau. Da haben auch viele verwundert, oh, du bist so stark und du siehst ja trotzdem noch weiblich aus. Und ich dachte, hä, warum denn auch nicht? Wie ist das bei dir? Du trainierst ja im Verein. Wie ist so das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Wie viele Männer machen mit? Wie viele Frauen? Es kommen immer mehr Frauen. Also früher war ich eher so die einzige Frau und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass Kraft-Dreikampf oder generell der Kraftsport immer mehr wächst. Ich habe zum Beispiel gestern ein Seminar hier in Hamburg gegeben zum Thema Kreuzheben und maximal sollten zwölf Personen teilnehmen. Es kamen dann 20 und davon waren mehr als die Hälfte Frauen und das fand ich echt toll. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, das freut mich total, wenn ich Frauen begeistern kann, Kraftsport zu machen. Was sagst du Frauen, die Angst haben, zu muskulös zu werden, aber überlegen, mit dem Krafttraining anzufangen? Ich glaube, viele Frauen haben das Bild von diesen Bodybuilderinnen im Kopf, die irgendwie auf der Bühne stehen und irgendwie breiter sind als die meisten Männer. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen rausholen aus dem Kopf, denn diese Frauen nutzen eben noch andere Mittel im Sinne von Doping beziehungsweise Arzneimittel, um eben mehr Muskeln aufbauen zu können, da es als Frau einfach viel schwieriger ist, aufgrund des niedrigeren Testosteron-Levels, so viel Muskulatur aufzubauen wie ein Mann. Und es braucht auch wirklich lange und viel Zeit und viele Stunden im Kraftraum, dass man riesige Muskelberge, sage ich mal, aufbaut. Und meistens ändert sich auch das Schönheitsbild von einem, sage ich mal. Ich mache den Kraftsport nicht irgendwie, um so und so auszusehen. Das war am Anfang so bei mir mit dem Sport. Mittlerweile mache ich es einfach, um stark zu sein, um mich wohl zu fühlen und dass sich mein Körper schön formt dabei, ist ein cooler Nebeneffekt. Das ist interessant, das höre ich sehr häufig. Es war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe damals angefangen, weil ich eine bestimmte Idee davon hatte, wie ich gerne aussehen möchte und habe dadurch dann aber die Liebe zum Kraftsport entdeckt. Ich erinnere mich noch, der Flavio Simonetti, der war auch mal zu Gast, der hat genau das Gleiche erzählt. Er sagte, er wollte anfangen, um einer bestimmten Frau zu gefallen und hat dadurch aber den Kraftsport entdeckt. Es sind ganz häufig so äußere Faktoren und dann fängt man an und entdeckt dann halt den Spaß am Sport, was ja auch okay ist. Hast du Vorbilder? Ja, zum Beispiel meine Mutter. Sie war früher in der Nationalmannschaft im Handball. Sie war auch schon immer sportlich, ist Marathon gelaufen, war auch ziemlich flink und sie war am Anfang auch sehr skeptisch, was bei Krafttraining anging und dachte, um Gottes Willen und dieses Eiweißpulver, das kannst du doch nicht nehmen, dann siehst du doch bald ganz schlimm aus und hat auch viele eher negative Sachen mit Kraftsport verbunden. Und Jan Sie fing dann irgendwann doch mit Kraftsport an und meinte, zeig mir doch mal, wie das geht und macht jetzt mittlerweile auch ziemlich starke Sachen im Fitnessstudio und möchte jetzt auch eventuell einen Wettkampf machen. Ich muss hier noch ein bisschen überreden. Also man kann eben auch im höheren Alter anfangen mit dem Kraftsport und zum Beispiel meine Mutter macht jetzt im Kreuz eben auch, ich glaube 115, 117 Kilo ungefähr. Wahnsinn. Wie alt ist sie? 53. Wow. Ändert sich da was durch? Also du betreust ja, glaube ich, so ein bisschen im Training auch. Dadurch, dass sie jetzt über 50 ist, gehst du da irgendwie anders ran mit ihr mit dem Training? Also meine Mutter trainiert tatsächlich sehr hart und sehr intensiv. Also es gibt, glaube ich, auch nicht viele Menschen, die das können, sich so richtig anstrengen. Ich muss sie tatsächlich eher bremsen und sie versteht manchmal auch noch nicht so ganz, dass wenn man einen Satz schwere Kniebeuge macht, man auch schon mal drei Minuten Pause machen kann. Sie ist nach einer Minute schon, oh, ich muss jetzt wieder trainieren und da versuche ich sie jetzt so langsam ranzubringen. Ich achte aber eben auch darauf, dass ich nicht zu viele Sätze mache, dass ich das Volumen einfach ein bisschen geringer halte und einfach schaue, wie regeneriert sie. Sie gibt mir eben Feedback, wie sie sich fühlt, wie war das Training, wie anstrengend und daraus basierend plane ich eben ihr Training. Gibt es was, was du an dir ändern würdest, wenn du könntest? Ich hätte gerne einen kürzeren Femur, was ich mehr beugen könnte. Jetzt musst du den Begriff aber auch nur erklären. Das war der Knochen des Oberschenkels. Viele Frauen wollen ja, glaube ich, immer lange Beine haben. Bestimmt, ich Kraftsport mache, hätte ich irgendwie lieber kürzere Beine, weil gerade beim Kniebeugen ist der Weg eben unglaublich lang, wenn man einen langen Oberschenkel hat oder generell lange Beine. Ja, oder ich würde auch gerne mehr Kraft in Kauf nehmen. Das würde ich auch gerne verändern. Bist du ja dabei. Ja. Was sind denn so die nächsten Meilensteine? Welche Ziele hast du dir gesetzt für dieses Jahr 2020? Ich möchte gerne zum ersten Mal in der Weltmeisterschaft teilnehmen und da auch einen guten, soliden Wettkampf zeigen. Ich werde nicht ganz vorne mitspielen können, also noch nicht, aber ich möchte eben Spaß haben, andere Sportlerinnen kennenlernen, auch welche, zu denen ich hochsehe. Ich gucke mir auch bei Instagram gerne andere Heberinnen an und hoffe einfach weiter, mich gut im Sport zu entwickeln und mich nicht zu verletzen. Was sind denn so Hürden, die du noch nehmen darfst, um zur Weltmeisterschaft zu kommen? Da muss man sich ja qualifizieren oder reicht es, wenn du bei den deutschen Meisterschaften einen gewissen Platz machst? Also man muss erst mal im Kader sein, schon seit einer gewissen Zeit, ich glaube ungefähr ein halbes Jahr eben, um in diesem Anti-Doping-System gewesen zu sein und man muss am besten bei der deutschen Meisterschaft nochmal eine gute Leistung zeigen, die Kader-Norm bestätigen und sich auch von den anderen, sage ich mal, abheben und dann liegt es in der Hand des Nationaltrainers, dass er einen eben nominiert, dass man dort starten darf. Also man darf nicht einfach sagen, ey, ich bin ziemlich stark, ich fall jetzt mal zur Weltmeisterschaft, das geht nicht so einfach. Und da bist du aber ja schon drin jetzt, ne? Genau, ich bin jetzt seit Juli dort und die WM wäre im Juni, dann wäre ich also fast ein Jahr im Kader und hoffe dann dort starten zu dürfen. Ich drücke die Daumen, das ist ja nicht mehr so lange hin. Ja. Du bist ja fast fertig mit deinem Studium, ich glaube ein Jahr noch. Ja. Und was sind so deine Träume? Was wäre dein Leben richtig cool, wenn du fertig bist mit dem Studium? Also ich studiere ja Sport auf Lehramt und habe auch noch Französisch als Zweitfach und ich wäre gerne eine richtig coole Lehrerin. Ich habe leider irgendwie, in meiner Schulzeit waren einige Lehrer echt Panne und haben auch nicht so den Spaß am Sport vermittelt. Zum Beispiel hatten wir Mannschaftswählen und es wurden zwei Kinder ausgewählt, die sollten dann die Mannschaft zusammenstellen und da war so Mobbing prädestiniert. Das gab es bei uns auch, ja. Und sowas möchte ich einfach nicht machen beziehungsweise auch einfach den Kindern den Spaß am Sport vermitteln und dass nicht so Schamgefühl entsteht. Ja, und dass vielleicht auch die ein oder andere Schülerin oder der eine oder andere Schüler Lust auf Krafttraining hat, dass ich denen dann auch Trainingspläne schreiben kann, da hätte ich auch Lust drauf. Ich arbeite ja auch nebenbei noch als Trainerin, also einmal als Schwimmlehrerin und als Trainerin. Arbeitest du auch mit Kindern da, ne? Genau, mit kleinen Kindern im Wasser. Mensch, Lea, wir sind schon bald anderthalb Stunden hier am Schnacken und ich habe noch so viele Fragen an dich. Zum Beispiel, warst du auf dem Kilimandscharo? Das ist so unser Anknüpfungskunkt, dass wir das beide gemacht haben. Vielleicht machen wir nochmal einen Follow-up-Termin, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Eine Sache noch, du hattest erzählt, dass du Seminare gibst. Wenn jetzt jemand bei dir in die Lehre gehen möchte, wie man denn diese Grundübung richtig trainiert oder irgendwas nochmal aufs nächste Level in puncto Krafttraining kommen möchte, wie empfindet man dich? Wie kann man diese Seminare finden? Ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben, da findet ihr mich unter lea-schreiner. Ansonsten bin ich viel im Kader 1 in Köln, in dem Eleiko-Fitnessstudio und da gebe ich jetzt auch wahrscheinlich Ende März ein Seminar zum Thema Kraft-Dreikampf. Eine Frage habe ich trotzdem nochmal zum Kili. Was hat sich für dich geändert dadurch, dass du den höchsten Berg Afrikas gemeistert hast? Du bist ja übrigens Glückwunsch, bist oben angekommen. Danke. Ja, also ich bin auf jeden Fall entspannter geworden. Ich glaube auch selbstbewusster geworden. Ich gehe Ziele nochmal anders an, also nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag, in der Uni, im Job, dass ich wirklich so, im Prinzip kann man das als Metapher bezeichnen, dass man jeden Tag eine Etappe meistert auf dem Berg und nicht von Anfang an auf die Spitze schaut und denkt, um Gottes willen, da muss ich hoch, wie soll ich das hier mal schaffen, sondern wirklich Tag für Tag den nächsten Tag abhakt, nicht zu schnell hochgeht, denn sonst muss man leider schnell wieder runtergehen, weil man sich überschätzt hat. Pole Pole, haben wir da immer gesagt, das heißt langsam, schön langsam und gemütlich gehen, aber vorangehen. Und ich habe einfach gelernt, dass ich, ja, mir nicht so einen Stress machen muss, auch wenn irgendwie eine Klausur ansteht, wenn eine wichtige Aufgabe ansteht, dass sich Dinge meistens auch zum Positiven hin ergeben und dass ich das eigentlich immer alles ziemlich gut schaffe. Also ich bin sehr viel entspannter geworden und zuversichtlicher. Die Plakatwände in Köln gehören dir. Du kannst sie mit einem Spruch bekleben. Was schreibst du da drauf? Stark sein ist toll. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Markhörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Markhörer. Also geh auf fmmbuch und mach mit. fmm wie fitness mit Mark und dann buch.de Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das war D.C. Von D.C. Untertitelung des ZDF, 2020